Leute, was geht? Freunde, heute schauen wir uns mal einen Skibbidi-Toilet-Film an. Ich glaube, Leute, das ist wirklich das erste Mal, dass wir das machen. Also so wirklich in real life. Wir schauen uns jetzt auf dem Kanal von Alexander the Titan an. Skibbidi-Toilet-Short-Horror-Film. Ich bin da extremst gespannt, Freunde. Ich hab echt richtig coole Sachen dazu gesehen. Also, wir schauen rein, Leute, in den Skibbidi-Toilet-Horror-Film. Okay. Da ist jemand... Bruder, also, wir sind gerade erst so 10 Sekunden im Film und... Es ist genial. Es ist genial. Da geht jemand auf Toilette und dann kommt da so ein Kopf raus. Ja, ganz entspannt. Warte mal kurz. Wäscht er sich die Hände, bevor er auf Toilette geht? Oder war er schon auf Toilette? Naja. Wir werden mal sehen, Leute. Wir werden sehen. Skibbidi-Bah. Bah, 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 bah. Man hört es. Okay. Boah, Leute, wisst ihr, was mich extrem stört an amerikanischen Toiletten? Die Türen der Kabinen sind extrem unnötig. Also, richtig, richtig, richtig bringen die gar nichts. Erstmal ist hier diese Lücke viel zu groß. Guck mal, der Typ ist so groß, er könnte auf 10 Spitzen gehen und er würde alles sehen. Er würde alles sehen, was ihr macht. Außerdem unten, du kannst da gefühlt mit dem Körper noch drunter rutschen. Die sind viel zu groß, die Lücken. Viel zu groß. Wirklich. Ja, das ist das, was ich meine, Leute. Und vor allem, oh mein Gott, das nervt auch noch. Du siehst ja auch noch hier links und rechts in der Lücke was. Also, billiger kann man das nicht machen. Die sind so billig wie die Wände in Amerika in den Häusern. Aus Pappe. Wortwörtlich, wirklich. Jetzt guckt er nach. Ist da, was ich es gebe? Die Toilette? Ist da was? Also, momentan sieht er nichts. Uh, und es spült. Okay. Yes, yes. Es gibt die Bap. Hallo? Ich würde mich so weglachen. Aber ich kann nicht, Leute. Es ist nämlich spät nachts. Perfekte Zeit für so einen Horrorfilm. Bro, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Dieses Grinsen. Leute. Dieses Grinsen. Also, der grinst ihn halt wirklich so an. I don't know. Wie soll ich das sagen? Also, der, der, also. Leute. Ich kann nicht so laut sein. Ich würde sonst die übertriebensten Lachkrämpfe schieben. Aber, Alter. Okay. Plötzlich, Leute. Ist das Ding von witzig zu gruselig geworden. Was ist denn mit seinem Gesicht los? Was? Yo, stimmt. Und. Die Geschichte ist ja, die Skibbidi Toilets verwandeln andere Leute zu Skibbidi Toilets, wenn sie auf einer Toilette sitzen. Und er sitzt noch nicht auf der Toilette, aber. Okay. Was? Skibbidi. Oh mein Gott. Okay. Er kann aufstehen. Bro. Du musst dich kriechen. Du kannst auch aufstehen. Alter. Ist das gruselig. What? Oh mein Gott. Und Bro. Der sieht echt durchtrainiert aus. Oh mein Gott. Bro. Ich bin komplett verwirrt und verstört, was diesen Film angeht. Was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Alter. Ey, aber jetzt müssen wir ganz kurz über eine Sache reden, Leute. Bevor wir uns die Conclusion des Filmes anschauen. Ich weiß, es ist gerade der spannendste Punkt. Aber das ist das, was ich meine, Leute. Guckt euch mal diese Kabinen an. Und vor allem, wie dicht beieinander die sind. Du hast ja gefühlt, hast du überhaupt da eine Wand dazwischen? Das sieht einfach aus als, also wirklich. Du kannst ja die Beine sehen von der Distanz. Hier hätte eine Wand sein müssen. Wenigstens hier, hier ist ja gar nichts. Es ist wirklich ganz schlimm, Leute. Es ist wirklich schlimm. Ich kann euch das echte Story erzählen, Leute. Ich in New York, die Kabinen sind so hoch. Vor allem geht bloß nicht auf die öffentlichen Toiletten. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Aber wenigstens hast du hier eine Trennwand. Wenigstens hast du hier bei den Pissoirs eine Trennwand. Das hast du in Deutschland nicht. Also da gibt es einen Pluspunkt. Oh, oh, oh mein Gott, Leute. Oh, man. Diese typischen Ami-Toilets. Skibdy-Toilets. Bro. Was ist das für ein Blick? Finn. Leute, was haben wir uns da angeguckt? Okay, Leute. Ich würde sagen, wir gucken uns aber noch einen weiteren Minifilm an zu Skibdy-Toilet. Ich sehe gerade, es gibt sogar noch ein paar zwei davon. Aber den gucken wir uns, Leute, denke ich mal bei der nächsten Episode an. Wir gucken jetzt allerdings einen anderen an. Und zwar ist das Ganze nämlich, Leute, Skibdy-Toilet von MK-Official. Ich bin sehr gehyped. Let's go. Also, das soll ein bisschen gruseliger sein. Na, gucken wir mal schnell rein. Okay. Atmosphäre startet schon mal ganz entspannt. Ist in Türkei, glaube ich. Ja, es sieht sehr nach Türkei aus. Oder? Okay, er nimmt sich ein Getränk. Ganz entspannt. Ja, ich würde da auch extrem durchdrehen, wenn ich diese Musik hören würde. Alter, wo kommt das her? Bro, Alter, das ist ein ganz anderer Song. Das ist ja gar nicht der Skibdy-Toilet-Song. What? Tja. Wo kommt die Toilette auf einmal her? Okay. Dann gehen wir einfach mal zu der Toilette hin. Würde ich mal sagen. Oder? Ja, nein. Vielleicht. Oh, schöner Kaffee. Also, ich weiß nicht, ob ich so... I don't know, ob ich so gegruselt wäre, wenn ich die Toilette an sich sehen würde. Ich wäre geruselt, wenn da ein Kopf rauskommt. Aber noch ist es nicht so. Noch ist da keiner. Bruder, er war ja nicht mal am Telefonieren, weil das Display noch an ist. I have a toilet in my house. Leute, ich habe eine Toilette in meinem Haus. Wie gruselig ist das denn? Habt ihr auch eine Toilette in eurem Haus? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Nein, nein, nein. Nicht im Bett. Im Haus. Nicht im Bett. In der Bett. Bett ist doch Schlafzimmer. Habt ihr eine Toilette im Schlafzimmer? Ist das normal? Hallo. Rose. Hallo. Rose. Rose. Bro, passiert jetzt noch was? Hallo? Rose? Skibbidi-bub-bub-bub. Hi, hi. Ähm. Bro. Come on. Kommt jetzt die Auflösung. Was macht er dagegen? Was macht er gegen die Toilette? Was macht er gegen die Skibbidi-Toilette? Die Cameraman anrufen? Vielleicht die Kamera rausholen? Von seinem Handy? What the fuck is that? Junge, zeig das mal! Alter, der Film geht nur noch 30 Sekunden. Jetzt kommt's! Was ist das denn? Bro, das ist doch kein Skibbidi-Toilett. Das ist was. Das ist die Horror-Toilette.exe. Leute, das ist die. Das ist. Das ist. Das ist Granny Skibbidi-Toilette Edition. Skibbidi-Granny. Oh mein Gott. Oh, er hat sogar auch noch einen Part 2 rausgebracht, Leute. Wollt ihr, dass wir uns auf jeden Fall noch mehr Skibbidi-Toilette-Filme anschauen? Wenn ihr das wollt, dann, Leute, lasst jetzt ein Like da. Bei 1000 Likes gibt es den nächsten Part. Ihr wollt's nicht verpassen. Also liked das Video gerne. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. an der Stelle, Leute, ich hoffe, es euch gefallen. Eidi ist raus, haut rein und ciao!